Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der LEGO Rock Raiders. Heute widmen wir uns folgender Mission. Spießrutenlauf Oh oh, das klingt nicht gut. Lauf! Oder fahr! Oder was auch immer. Gib Gas! Ein schöner Drift. Das sind die Schnecke. Schnecke rennen! Jetzt gibt sie Jungen. Hör mir gut zu, Rock Raider. Ein Mitglied des Teams hat sich in einem Höhlenlabyrinth verlaufen. Er braucht eine Hilfe. Führe ihn sicher in die Höhlen mit den verlassenen Fahrzeugen und benutze sie, um ihn zum Rock Raider Headquarters zu bringen. Pass auf dich auf, Rock Raider! Alles klar. An dieses Level... Ne, nicht unbedingt an dieses Level, aber an diese Sequenz... Also an dieses Video habe ich mich tatsächlich auch noch erinnert. Also das kannte ich noch. Genau wie ich gesagt habe, den Feuersee, den kenne ich irgendwie auch noch. Das kann also sein, dass ich bis hierhin gekommen bin. Weil ehrlich gesagt weiß ich nämlich nicht, was danach mit diesen zwei Leuten passiert ist. Die jetzt ja anscheinend gerade... Irgendwie gegen... Keine Ahnung... Gegen den Felsen fahren oder so. Oder fliegen. Ich bin wieder hier. Vielleicht hätte ich mir auch das Fahrzeug gönnen sollen. Ja... Gönnt ihr lieber das Fahrzeug, Kumpel. Komm her! So, rein ins Fahrzeug und dann fliegen wir lieber nach vorne. Ja, habe jetzt schon über eine Woche nicht mehr aufgenommen. Ich hoffe, ich finde wieder ein Spiel hinein. Denn jetzt wird es wahrscheinlich ein wenig schwieriger. Ja komm, beeil dich! Wobei gerade diese Mission ja jetzt nicht sehr schwer klingt. Muss man so sagen. Hover Scout! Alle Mann auf ihre Posten! So, fliegen mit diesem Hover Scout mal irgendwie... Was weiß ich... Gibt es hier vorne was? Ja! Erdrutsche! Erdrutsche sind nicht cool! Soll jetzt erstmal hier hinfliegen. Wo ist er denn da? Huiiii! Ist bestimmt cool mit diesem Ding zu fliegen. So... Jetzt darfst du wieder aussteigen. Massiver Fels! Nein, nicht zurückgehen. Sondern lieber hier mal am Bohren. Erde? Ja genau. Geh halt zurück, ne? Super! Wo willst du hin? Willst du da noch bohren oder was? Nicht bohren! Du sollst hier vorne graben, bitte! Gott sei Dank! Ja, manchmal sind die halt schon echt dumm, ne? Das haben wir in der letzten Mission nämlich schon herausgefunden, dass die echt dämlich sind manchmal. Und einfach nicht das tun, was man gerne hätte. Und uns geht die Luft aus. Das ist natürlich auch nicht so toll. Wunderbar, eine neue Höhle. Dein Luftvorrat geht zu Ende. Dein Luftvorrat geht zu Ende. Ja, ja, ich beeil mich hier. Aha. Jetzt kommen wir hier zu einem kleinen Transporter, alles klar. Ich weiß aber nicht, ob ich den Hover Scout behalten soll. Ich glaub der Hover Scout ist hier besser, oder? Ah, da ist ein Buddler. Ein Buddler ist besser. Damit können wir uns gleich durchs Gestein meißeln. Und kommen so besser vorwärts. Tja, entweder hier oder hier. Ich würde aber nach rechts gehen, glaub ich. Nein, du steigst jetzt hier ein. Du steigst verdammt nochmal hier ein. So, dann können wir ihn ja auch gleich direkt steuern. Und geh mal hier entlang. Genau, wuddeln wir uns mal hier lang. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Zumindest eine neue Höhle. Zumindest eine neue Höhle. Mist, da ist Wasser. Ja, da kommen wir mit dem Hover Scout rüber. Es gab einen Erdrutsch. Weiß nicht, sollen wir da rüber? Gibt's da was? Es gab einen Erdrutsch. Ja, da gibt's noch einen Hover Scout. Es gab einen Erdrutsch. Ja, okay, komm. Dann steigen wir halt wieder aus. Und schnappen uns den Hover Scout. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Ja, jetzt kriegen wir wieder tausend Nachrichten. Es gab einen Erdrutsch. Dass es einen Erdrutsch gegeben hat. Es gab einen Erdrutsch. Das ist immer wieder schön. Es gab einen Erdrutsch. Wo läufst du hin? Hier. Der will irgendwas da hinten machen. So, steuern wir den auch mal. Hui. Damit müssen wir doch über das Wasser kommen, oder? Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Ach, Mist. Mit dem Hover Scout geht das gar nicht. Ja, alles klar. Habe ich mich getäuscht. Das ging nur mit dem Tunnel-Scout. Es gab einen Erdrutsch. Aua. Das ist nicht gut. Es gab einen Erdrutsch. Na gut, dann gudeln wir uns halt weiter hindurch. Kommt zurück. Jedes Mal. Ich frage mich, wo der hin will. Es gab einen Erdrutsch. Wutler. Aber wir haben keine Zeit, das herauszufinden. So, dann muddeln wir uns halt mal hier entlang. Es gab einen Erdrutsch. Eine neue Höhle. Ich muss mir ein bisschen Überblick verschaffen. Ich mach das lieber so. Ja, hier könnten wir uns auch entlang muddeln. Aber ich geh jetzt mal lieber hoch. Eine neue Höhle wurde entdeckt. Ein Monster ist erschienen. Oh oh. Monster. Ja dann vielleicht lieber nicht. Oh, viele Monster. Es gab einen Erdrutsch. Schnell mal hier hin und buddeln. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Pass auf die Monster auf mein Freund. Es gab einen Erdrutsch. Sehr schön. Du bist Gott sei Dank schneller als die. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Da hinten war das Wasser, glaube ich. Dann gehen wir mal hier weiter. Noch eine neue Höhle, wunderbar. Ich fahre einfach mal hier weiter entlang. Ja, wir wissen es doch. Oh Gott, ey. Wusstet ihr bereits, dass es einen Erdrutsch gab? So, hier entlang. Ah, wunderbar. Nicht wegfahren, mein Freund. Ach, guck hier. Fahrzeug beladen. Wo ist er denn jetzt hinten? Nein, komm zurück. Nicht wegfahren, sondern hier hin. Der hört wahrscheinlich nicht auf mich, ne? Es gab einen Erdrutsch. Ne, der macht irgendwas anderes. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Ich weiss nicht, ob er buddeln will. Es gab einen Erdrutsch. Ja, toll, weisst du. Ein Luftwohrrad geht zu Ende. Wo zum Teufel will der hin? Hör jetzt auf mit dem Mist. Mein Gott. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Wir müssen hier weg. Ich will dich doch nur beladen, bevor das Rockmonster kommt und alles kaputt macht. Aber nein, du musst irgendwo anders hinfahren. Oh, nervt das gerade. Die Mission wäre doch nicht schwer. Ich komme hier nicht lang. Klar, jetzt bist du dann noch kaputt gemacht von ihm. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Boah, und der Typ geht gerade auf die Nerven. Hier klappt gerade gar nichts. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Ich habe das noch nie gemacht mit dem Fahrzeug beladen. Ich hoffe, das klappt. Vielleicht steige ich jetzt lieber aus. Es gab einen Erdrutsch. Ich sage dem, er soll da hinein. Und dann will er da nicht mehr buddeln gehen oder was er auch immer tun wollte. Ich habe keine Ahnung. So, das schalte ich mal wieder ein. Jetzt fahr bitte hier hin. Ich hoffe, ich kann den überhaupt nicht. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen zu groß, oder? Ja, mal sehen. Fahrzeug beladen. Geht das? Ich glaube, der ist zu groß, ne? Guck mal, da ist ein Energiekristall, na toll. Hä? Das Monster ist kaputt gegangen, aber warum? Die taucht ja schon wieder ab. Ich weiss nicht, wie man hier das Fahrzeug genau beladen kann. Er wird ja sowieso jetzt wieder irgendwo anders hinfahren. Tschüss. Das ist mir zu doof. Wir teleportieren den jetzt einfach weg, fertig. Und fahren jetzt einfach mal mit dem hier weiter. Ist das jetzt ein Frachtkatamaran? Oder was ist das? Ähm. Ich glaube, ich kann aus der Perspektive nicht mehr raus, ne? Hä? Der vermisste Rock Raider ist nicht zum Rock Raider Headquarters zurückgekehrt. Ach so. Ah, Gott. Ja. Toll. Da habe ich jetzt leider verkackt. Das tut mir jetzt echt leid. Hör mir gut. Ich hätte ihn nicht teleportieren dürfen. Aber es ist auch echt ätzend, wenn der nicht das tut, was er tun sollte. Wir versuchen das jetzt nochmal. Diesmal wissen wir ja ungefähr, wo wir durch müssen. Und ich gebe ihm jetzt keine anderen Befehle, damit er hoffentlich das tut, was ich gerne von ihm hätte. Weil das war jetzt echt schon ziemlich nervig. Ich werde jetzt also keine anderen Wände anklicken. Du sollst einfach weiter fliegen. Vielleicht war es jetzt auch besser, dass wir die Mission nochmal neu spielen müssen. Weil ich habe das Gefühl, es hätte irgendwie nicht geklappt. Weil der Typ einfach nicht reagiert hat. So, diesmal wird das hoffentlich alles besser gelingen. Mal hier durchbuddeln. Sehr gut. Wieder einsteigen. Ah, das klappt doch schon besser. So, hier war der kleine Transporter. Du sollst aber zum Buddler bitte. Es geht dann auch viel schneller jetzt. Dann sind wir ja schon fast wieder an derselben Stelle. So, einsteigen. Sehr gut. Hier durchgraben. Oder durchbuddeln. Wunderbar. Dann kannst du dich als nächstes hier durchgraben. Ich nehme jetzt einfach nochmal denselben Weg. Das wird hoffentlich schon der richtige Weg sein. Vielleicht gibt es ja einen kürzeren. Aber naja. Ist ja nicht so schlimm. Eine neue Höhle wurde entdeckt. Es gab einen Erdrutsch. So, jetzt erscheinen dann die Monster wieder. Ein Monster ist erschienen. Es dürfte aber trotzdem nicht wirklich ein Problem werden. Es gab einen Erdrutsch. Weil die Monster sind ja nicht die klügsten der Welt. Es gab einen Erdrutsch. Buddler. Wunderbar. Wunderbar. Dann geht es gleich weiter. Ich glaube hier unten haben wir uns durchgegraben. Es gab einen Erdrutsch. Es gab einen Erdrutsch. Ein Monster ist erschienen. Ich hoffe das war richtig. Ja, ich glaube schon. Es gab einen Erdrutsch. Ja genau. Dann sind wir da lang gefahren. Es gab einen Erdrutsch. Massiver Fels. Oh, genau. Aus dieser Wand kommt auch ein Monster jetzt. Na super. Massiver Fels. Buddler. Ja, das ist jetzt nicht so toll. Fahr Buddler, fahr. Bevor er dich erwischt. Da war nochmal ein Hover Scout. Wir gehen aber hier weiter mit dem Buddler. Ich hoffe der Buddler kann auf den Frachtkatamaran drauf. Wenn es denn der Frachtkatamaran ist. Zumindest auf dieses Fahrzeug. Was es auch immer ist. So, jetzt sind wir ja da, oder? Es gab einen Erdrutsch. Ich hoffe ich habe mich jetzt nicht verirrt. Es gab einen Erdrutsch. Ne, es müsste glaube ich schon der richtige Weg sein. Es gab einen Erdrutsch. Ja, haha, ich habe es begriffen, Mann. Es gab einen Erdrutsch. Erde. Das kann einem schon ein bisschen auf den Zeiger gehen. Ich habe schon in der Rumpfregion wurde entdeckt. Es gab einen Erdrutsch. Jetzt geh mal da hin. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Fahrzeug beladen. Ja, das funktioniert. Cool. Und es ist der Frachtkatamaran. Super. Dann sehen wir den auch mal hier. Okay, wo sollen wir aber jetzt hin? Ich würde sagen, hier hinüber. Einheit sicher teleportiert. Hä? Welche Einheit? Achso, irgendein Fahrzeug wahrscheinlich. Oder hier hinüber. Ja, komm. Gucken wir uns zuerst mal hier um. Wie kann ich den jetzt entladen? Da müsstest du dich wahrscheinlich drehen, ne? Wie der guckt, sehr schön. Äh, drehen, drehen, drehen. Ja, das ist nicht so einfach. Jetzt stecke ich fest hier. Es gab einen Erdrutsch. Ach Mist. Komm schon, fahr mal hier hin. Es gab einen Erdrutsch. So, jetzt bitte so drehen. So. Jetzt müsste es doch gehen, oder? Fahrzeug entladen. Wunderbar. Dann graben wir uns mal hier weiter entladen. Ja, jetzt klappt das auch schon viel besser. Da bin ich aber froh. Also nicht, dass es einen Erdrutsch gab, sondern, dass es jetzt viel besser klappt. Ach, hier ist noch ein Buddler. Sehr schön. Noch eine neue Höhle. Da können wir... Ach, hier ist die Bauhütte. Haben wir damit jetzt gewonnen? Dann war das eigentlich eine ziemlich einfache Mission. Es gab einen Erdrutsch. Aber ich kann mich nicht erinnern, die jemals gespielt zu haben, ehrlich gesagt. Ja. Das war ja ziemlich einfach. Was ist mit dir hier? Und tschüss. Äh, hallo? War es das jetzt? Oder nicht? Unter deiner Führung hat es der Rock Raider sicher nach Hause geschafft. Gut gemacht. Auftrag erfüllt. Ja, schön, dass es mal zur Abwechslung eine leichte Mission gibt. Aber nur 43%. Was hätte ich denn da... Ja, gut. Hä? Aber was hätte ich denn tun können? Eine Bauhütte bauen. Und dann alles abgraben. Und dann erst später zu der anderen Bauhütte gehen. Wäre das so der Plan, um... ...alles einzusammeln? Das wäre aber ziemlich doof, ne? Naja, egal. Gut, dann haben wir in der heutigen Folge nicht so viel geschafft. Das war jetzt halt eine kleine Mission. Auf Sparkurs. Ah, auf Sparkurs. Daran erinnere ich mich aber auch. Ja, es kann tatsächlich sein, dass ich bis hierhin gekommen bin. Ich kann mich zwar nicht erinnern, dass ich diese Mission hier gespielt habe. Aber ich weiss, dass ich den Feuersee gespielt habe. Luftversorgung weiss ich nicht. Aber auf Sparkurs kommt mir tatsächlich auch bekannt vor. Naja, das war's mit der heutigen Folge. Es tut mir leid, dass wir halt quasi jetzt zweimal die Mission gespielt haben. Aber... Ja. Dafür geht's dann vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen härter zur Sache, könnte ich mir vorstellen. Weil diese Mission war jetzt ja wirklich sehr, sehr einfach. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!